Hallo und herzlich willkommen zurück zur ersten Folge von The Coup. Hallo. So gut, wir wollten jetzt einfach mal hier ein bisschen im Gelände rumfahren. Und machen wir jetzt einfach mal, ne? So. Kommen Sie mit, Mister. So, und dann habe ich sofort mal eine Frage an euch. Was für ein Auto soll ich mir als nächstes kaufen? Dann, zur Auswahl steht LaFerrari. Da müsste ich aber noch lange sparen, weil ich habe aktuell 486.000. Oder, also der kostet eine Million und ein paar zerquetschte. Oder soll ich mir den Lamborghini Aventador holen? Weil, ich habe schon ziemlich viele Autos. Und das sollt ihr bitte mal in die Kommentare schreiben. Ja, wenn ihr, wenn ihr ein Video für, von allen unseren Autos sehen wollt, kriegt ihr das natürlich. Oh, ich fahr dir mal davon, ne? Ich komme mir hinterher mit meinem geilen Z4. Oh, oh, shit. Ups. Ich bin gerade auch in der Suche. Ne, okay. So. Ja, ähm. Sagst du das? Ähm, ja, ich habe ja gesehen, durch die Aufrufe, dass Need for Speed mit Michael gut bei euch angekommen ist. Und deswegen habe ich ihn auch schon gefragt, wollen wir den nächsten aufnehmen? Ich hoffe, dass du Crew auch so gut ankommst bei euch. So. Was wolltest du denn sagen, so? Ähm, ob wir in Zukunft Missionen machen sollen, ob ihr das interessanter findet oder ob ihr einfach mal rumfahren sollen. Das könnt ihr uns am besten auch in die Kommentare schreiben. Oder einfach nur Scheiße machen hier. Ja, andere Leute mobben zum Beispiel. Apropos andere Leute mobben, die für Online-Spieler sind gerade unten. Na ja, Spieler, Spieler, Spieler. Oder einfach in der Lobby ein bisschen chillen. Gar keiner ist online. Stark. So. Polizeiüberwache, wo ist Polizei? Ich will Geld kriegen. Ich hole mir Geld. So, warte, ich komme dir hinterher. Ich will Geld, ich muss die Bullen haben. Ja, wie wir LS7 Multiplayer spielen, das wissen wir jetzt noch nicht so genau, weil das Internet bei uns sehr schlecht ist. Wie das Multiplayer-Spielen dann läuft, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja mal so Tage, da läuft's gut und manchmal auch gar nicht. Wo bist du denn hin? Verfolgung geht Offroad wider. Das würde ich auch mal sagen. Bist du in... Obwohl ich muss mal ein bisschen schnackere ist. Scheiße, ich falle ins Wasser. Fuck. Ja, passt schon. So, ich komme dir jetzt mal hinterher. 450 Punkte. Habe ich die Polizei nur hinter mir? Nein. Erdkale. Easy. Wow. Ich springe, glaube ich, ins Wasser. Shit. Widerbares gekriegt. Vollkommen ins Wasser gesprungen. So, ich fahre jetzt mal mit meiner anderen Carrier. Hier vorne ist ja der Highway to Hell. Loll, ich sehe dich nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade bin. So, warte. Jetzt kommt das geilste Auto auf Erden. Passt auf. Wenn ihr es gleich bei Schrittmude seht. Ja, ihr seht. Mercedes-Benz SLS AMG GT3 als Rennversion. Hat bei mir erst 213 Kilometer gelaufen. Die geilste Maschine, weil ich ein riesen Mercedes-Fan bin. Natürlich gibt es jetzt auch den neuen GLC 250. Oh, jetzt noch einen Spieler. Aber, ich habe mir das The Crew Calling. Oh, der ist schon wieder weg. Das The Crew Calling All Units Update noch nicht geholt. Und deshalb habe ich den noch nicht. Also, ich kann eine Probe fahren, aber das will ja keiner sehen. Deswegen müssen wir uns mal holen. Da hinter dir. Ah, hat es eine Rakete geholt? Ja, eine der Raketen. King 1. Dann machen wir auch mal. Dann nehme ich auch den Stern. Warte. Wo ist mein Stern? Mein Stern, mein Stern. Dann können wir ja ein kleines Rennen machen. Wenn das Schaltauto mal vor uns weg ist. Hast du denn so? Klar. Ich, was, wie ging Hupen? L3. Komm hier auf die Linie. Pass auf. Wenn ich dreimal Hupen, beim dritten Mal Hupen geht es los, okay? Warte, ich muss den mal drin gehen. Mach nochmal. Ja, okay. Hörst du das? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Ah, schlechter Start, aber ich glaube, du hast auch den besseren Stern erwischt. Ich habe den besseren Stern. Bis ans Ende des Tunnels. Ja, da ist das Ende. Oh, ich sehe gar nichts. Ich hole jetzt mal den M4 raus. Ja, okay. Wo ist denn der M4? Warte mal, warte mal. Hier ist der M4. Ja, da haben wir denselben. Gut. Außer andere Felgen. Ja, außer dass... Ja, außer dass... Das ist nochmal ein kleines Endmachen. Ja, würde ich sagen... Du hast Level... Level... Ja, was ist das? 109. Und du hast 1118. Ich habe 1118. Ja, würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ciao. Ciao.